Hallo und willkommen zurück, liebe Hollow Knight-Freunde, hier auf der Bank in der Station des Königs und wie schon im letzten Video angekündigt, geht es jetzt hier wieder herunter und wir wollen mit unserem neu gewonnenen Zeichen des Königs, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir das eigentlich auch irgendwo im Inventar? Äh, ja, hier. Entschuldigung, Brandzeichen des Königs. Ähm, ja, wollen wir jetzt mal die verschlossene Tür erkunden, die es im uralten Becken gab. Na komm. Kriege ich jetzt mit Quickslash hier? Ne. Ähm, ja, mal gucken, was da unten ist, was es da so gibt. Oh, wir haben so viel Kohle dabei, ne. Irgendwas sollten wir mal mit dieser ganzen Kohle machen. Okay. Oh. Verdammt. War hier eigentlich noch irgendwas? Ah, okay, ja, das hatten wir. Okay. 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 Manchmal kriegt man von denen echt auch so ein bisschen Traum... Traum... Äh, Essenz. So. Würde es nochmal Sinn machen, da rüber zu fahren mit dem Zug? Naja, nur wegen der Raupe. Ne, da ist auch nochmal ne... ne Gegend, wo ich noch nicht hinkomme. Ähm, ich glaube, wir gehen einfach weiter runter. Oh, da war ich hier. Aktivieren wir kurz die Station des Königs. Ne, Entschuldigung. Die versteckte oder vergessene Station war das hier, ne? Wie heißt die? Steckte. Oh, hier ist auch ne Bank gewesen. Ha. Ich hab ihn gar nicht gesehen. So, und ich glaube, man musste hier... Genau, 300 zahlen. Bing, bing. Servus. Ich hab es gefunden. Keiner wird dort sein. Oh, er hat jetzt sein Hirschkäfer-Nest gefunden, weil ich jetzt seine Stationen quasi alle freigeschalten hab. Ähm. Hirschkäfer-Nest da oben. Ich glaub, ich mach das das nächste Mal, wenn ich reisen muss, weil wer weiß, wo der uns jetzt hinbringt. Ähm. Erstmal ins uralte Becken runter. Um zu gucken, ob wir jetzt hier diese Tür aufbekommen. Ist das hier? Ja. Ja. Ja, das war hier. Oh. Okay. Also, das geht. Jo. Aua. Okay, also. Wir sind jetzt hier. Den Kompass nicht mehr an, aber... An, dass das wahrscheinlich sogar eh ein neues Gebiet sein könnte. Oh mein Gott. Wow. Au. 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 Also, das scheint jetzt hier... Ich sag mal, runter zu gehen. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh, verdammt. Der Abgrund. Äh. Ja. Trifft das ganz gut. Oh, ich bin großer Quickslash-Fan. Oh, das war gut. Diese Dinger sehen aus wie dieser Zauber... ...nach oben. Ähm. Ja, alles klar. Wir haben jetzt den... Auch jetzt hiervon das Upgrade bekommen, sozusagen. Ich glaube, wir haben jetzt alle... ...Schatten-Upgrades von unseren Zaubern. Sowohl runter, geradeaus, und auch der Abgrund. Schrei. Jausa. Das lohnt sich. Gut. Dann... War's das hier im Ab... Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat uns Hornet, hat uns hierher geschickt. Also, hier muss richtig was abgehen. Wow. Oh, das ist unser... Das ist unser Schatten. Wie unser Schatten. Hier sind wir herbekommen, wahrscheinlich. Oh. Das ist der Teil unserer Schatten, der uns nicht so mag, hier. Der Abgrund. Ganz schön dunkel hier im Abgrund. Oh, ja. Oh, ja. Hm. Nee. Wie viele von denen gibt's denn hier? Wow, Quickslash ist so stark. Wow. Die machen ja ordentlich Schaden. Wie viele von denen gibt's denn hier? Aua. Alter, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg hier. Oh, die geben nicht mal Seele, wenn man sie schlägt, merke ich gerade. Das ist nicht so gut. Was ist das? Oh, hier Seele, das ist sehr gut. Hm, ich reich nicht. Oder war ein Hebel, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Okay, hier hüpft dann. Mein König. Oh, der macht jetzt ein Licht. Ah. Sehr schön. Leuchtturm. Da war doch was. Okay. 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 Ich häng fest. Uh. Das. Wow. Okay. Es geht nur jedes... Ah, es braucht also, um sich aufzuladen. Okay. Ah, Kahn ist Ei. Oh, das bringt dann richtig Kohle. Ah, da kommt man durch... Wahrscheinlich auch durch das schwarze Ding durch. Das ist, äh... Aha. Ja, das... Ja, okay. Das hat uns noch gefehlt. Okay. Okay. Ach, weil hier komme ich nicht durch, oder wie? Hm. Ab... Ein Abdruck. Abdruck des Gestalt. Okay. Von mir aus. Ah, das ist der Hammer. Jetzt komme ich überall durch diese Schatten durch. Nice. Wow. Kann ich hier sogar drin schwimmen? Hm. Nee. Ich finde das richtig gut mit dem Schatten. Da kannst du durch... Ah. Durch jeden Scheiß durchdashen. Okay. Heißt, ich muss jetzt hier wieder hoch, oder was ist? Oh, verdammt. Okay. Bisschen Gesundheit wieder drin. Schon mal gut. Boah, muss ich jetzt alles hier wieder... Ja, gut, klar. Oh, Manni. Bisschen Seele einsammeln, heilen. Wir schaffen den Ausstieg. Zack. 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 aha mehr money nein fast ja da ist hollet entscheidet er gehe also hornet will wohl dass wir dass wir uns dem endgegner dann quasi noch mal stellen wenn wir so weit sind okay jetzt haben wir den schatten zumindest diesen schatten dash was machen wir jetzt scheint das hätten wir zumindest mal da ist noch irgendwas das ist dieser traumgegner da weiß ich noch nicht das traue ich mich noch nicht der war ziemlich stark hier ist noch dieser brunnen wohl ich weiß was man machen muss hier geht es noch einmal nach links hier war auch so ein schatten der stinkt das machen wir jetzt noch da war irgendwas mit unserer neu gewonnenen fähigkeit also irgendwas ist mit dem kerl hier auch noch mein traumnagel funktioniert da nicht wirklich also das ist es die 2600 geo in den brunnen werfen ich weiß ja nicht das so eine gute idee ist irgendwas muss hier machen irgendwas geht da ja so halt mal jetzt muss ich jemand bahn ticket jetzt gesehen mein controller hat den geist aufgegeben so online ich wieder raus ich das richtig interpretiere kann ich jetzt hier mit ja es fährt er nach links hier waren wir jetzt nämlich beziehungsweise ich glaube wir waren hier schon mal konnten aber halt von der seite nicht wirklich fahren ja genau wenn ich mich nicht täuschen irgendwo hier runter nicht hier wo Haha, Geo Ähm Komme ich jetzt hier mit dem Dash durch? Ja, mehr oder weniger Ja, hier ist es Hier war das Okay Ah, mit dem kommen wir jetzt hier überall durch Haha Hammer Äh Okay Ja, aber so schnell halt nicht Muss ich ja auch wieder aufladen Scharfer Schatten Oh, wenn ich jetzt durch ein Durchdash Mach ich schon Ach, das ist ja Boah, das ist ja Hammer Zwei Zwei Slots braucht das Ey, die Kombi ist glaube ich echt nicht schlecht Dieser Schatten, das gefällt mir super gut Halt Halt Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich hier so Buff mach Schaden mach Ist die Frage, wie viel, ne Haben wir das schon gesehen? Ja Okay Ähm An der Stelle können wir jetzt eigentlich nicht mehr viel machen Eigentlich Wow, wow Ich will da wieder rüber Na gut Irgendwie sind wir angekommen Fahren wir wieder Nach rechts Und dann Würde ich fast sagen Gehen wir mal in die Hirschkäferstation Jetzt gerade nichts Besseres einfällt Wo die Reise ja von hier jetzt weitergehen soll Vielleicht zeigt uns das jetzt Was der Masterplan ist Ich meine, wir haben noch das Kolosseum, was wir machen müssen Hirschkäfernest Oh Gott Hhahaha Ja, ja, ja. Okay, die Hirschkäferstation. Wow. Nice. Nur noch eins. Fehlt uns hier. Was ist das denn? Ach so, das ist wie ein Aufzug. War das vielleicht der Aufzug für die Hirschkäfer dann? So kam die hier hoch. Ja, das scheint wie ein Aufzug zu sein. Okay. Das ist ein verbrochenes Ei. Es ist leer. Oh, vielleicht ist ein Babyhirschkäfer geschlüpft. Wo bin ich jetzt eigentlich? Keine Karte für dieses Gebiet. Ist hier sonst nichts? Okay. Hier sind wir wieder hier. Also hier liegen eindeutig einige Hirschkäfer rum. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Oder gibt es hier noch einen Ausgang? Was war denn? Irgendwie hört es sich doch so an, als wäre hier irgendwas, ne? Oh, hier geht's. Wow, wir sind wieder auf der Heulen. Okay. Ja, praktisch. Hier ist ja anscheinend, hier ist noch dieses goldene Ding. Also ein Grab und noch irgendwas, was wir markiert haben. Plus der Baum, also genug zu tun. Hi. Hier ist das Grab. Ja, na klar. Gut, dass wir das abgegradet haben. Jetzt wird er sauer. Eins, zwei, drei. Macht er jetzt schon. Boah, eine Gesundheit habe ich noch. Jesus. Der Denker. Okay, das hat noch mal ein bisschen Essenz gebracht. Das heißt, wir waren jetzt bei dem... Moment, wir waren jetzt bei dem Grab. Das heißt, wenn wir jetzt runter rechts gehen, müsste da eine Bank sein, die wir gut gebrauchen können. Hier ist das. Naja, genau, in der Hütte von dem Meister. Okay. Wow, nice. Okay, Moment mal. Ich glaube, ich opfer jetzt mal... Ich will unbedingt diesen Scharpschatter ausprobieren. Schwarmblut 4. Ne, das machen wir nicht. Ich will den Kompass wieder dabei haben. Und nehmen wir das noch mit. Ich glaube, ich behalte das. Oh, unser Schatten hört sich gut an. Einfach damit wir mal hier verschiedene... Oh mein Gott. Verschiedene, äh... Talismänner ausprobieren. Haha. Unnötig, aber geil. Okay, ich gehe jetzt nur noch so durch Gegner durch. Der Hammer. Der Hammer. Uh, uh. Bam. Okay, und jetzt hier runter, rechts ist das irgendwo... Verdammt. Mein Gott. Hier, oh nein, hier ist das mal Money. Noch eins tiefer. War das hier? Hier war irgendwas. Ah, ja. Ja. Ja, okay. Jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt ist irgendwas passiert. Ja, okay. Ja, okay. Der sagt immer noch nichts dazu. Also irgendwas haben wir jetzt angemacht. Oh, da war der Baum. Okay, die sind wieder alle. Müssen wir drauf achten. Man sieht, wenn die abhauen, ob welche quasi auch unter dich gehen. Oder also zumindest grob in welche Richtung sie gehen. Das hilft schon mal zu wissen, dass man nicht, zum Beispiel jetzt in dem Fall, nicht nochmal nach unten muss oder so. Aua. Rums. Rums. Ich finde den neuen Schatten so cool. So, genau. Also hier, wir wissen, es ist nicht unten. Da ist er jetzt nur noch hoch, vermutlich. Da geht's weiter. Wow, das sind viele. So. So. Oh. Zack. Oh, da geht's auch noch weit, habt ihr gesehen? Da müssen wir auch gleich noch schauen. Oh, was war das denn? Ach, verdammt. Hier waren wir. Nein! Wenn man hier runterfällt, fällt man immer gleich. Oh, das muss es doch jetzt gewesen sein. Wo sind noch welche da? Nachteil, natürlich. Ich glaube, man kriegt bei dem Shadow Dash keine... Ausprobieren. Ne, man kriegt keine Seele. Was ist das? Ich glaube, wir haben irgendwo einen vergessen. Wo? Oder ist das noch weiter hoch? Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Laterne ist Pundertro der Letzte. Da geht's in neues Gebiet. Okay, also nicht auf dieser Seite. Doch hier irgendwo. Vielleicht ist doch einer runter. Ne. Das gibt's doch nicht. Halt! Da ist er. Ja, das war's. Das war's. Schauen wir, was noch bei dem Kartenmann da oben war. Hätte ich auch noch irgendwas vergessen. Oh. Haha. Okay. Oh mein Gott. So. Da geht's weiter. Nein. Ich hasse es mit Nägeln hier. Was läuft da unten? Der Kollege ist da gelaufen. Oh. Dreh dich um. Oh. Oh, ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben. Was ist hier? Oh. Nichts wieder nur so ein blaues Ding, oder? Oh, verdammt. Uh. Viele blaue Dinger. Nice. Noch ein Talisman. Oh, wir haben bald alle. Joni Segen. Also im Grunde mehr Gesundheit, aber dafür nicht mehr heilen können, sozusagen. Boah, gibt's jetzt hier keinen. Boah, gibt's jetzt hier keinen? Wisst ihr was? Ich mach hier einmal zack. Zack. Und schon sollten wir wieder auf der letzten Bank sein. Und hier beenden wir auch das Video und ich werde einen Plan für nächstes Mal aufstellen, wohin uns die Reise führen soll. Bis dahin und tschüss.